Simon, ich hab da eine Karte! Ich hoffe, der wundert sich nicht, dass ich jetzt hier in netten Klamotten auftauche. Ich lebe meine Fantasien aus. Ja, wer weiß. Ich hab deine Karte. Aber im Ernst, wir sollten vergessen, was sie sagen und uns den Weg hier rauskämpfen. Du bist genial. Du bist ehrlich. Du bist ein echt absolutes Genie. Du bist der Herrscher, nehme ich an. Cool. Das höre ich nicht allzu oft. Also gut. Enthüllt eure Geheimnisse, meine Karten. Wagen... Oh, der Turm. Oh, Mist. Ich komme lieber mit dir. Oh. Bedeuten Wagen und Turm was Gutes oder Schlechtes? Der Turm steht für Enthüllungen. Denkt daran, die Karten irren sich nie. Hopp, hopp, gehen wir los jetzt. Komm. Blöde Teuro-Karten. Du darfst den Scheiß suchen, ey. Okay. Erstmal ein paar Tritte verdient, die Sau. Und umkehren. Nee, nee. Äh, wo ist denn der Ausgang? Oh, Bier. Bier ist gut. Nehmen wir den Weg. Kettensegel! Wieso wechselt der einfach an die Waffe? Oh, ein Haartrockner ist ja viel wichtiger. Ich gehe nicht ohne meinen Haartrockner. Der ist wichtig. So. Jetzt macht die Tür auf! Jetzt habe ich dem den Haartrockner gegeben. Ich kriege die Krise. Das war... Eine aufschlussreiche Fahrt, würde ich sagen. Das wäre weit gekommen. Ähm, nein. Ja. Das lassen sie. Wir gehen in die Richtung. Hätten wir auch einfach runterspringen können. Aber na ja. Lasst mich vorbei, ich bin warm. Oh yeah! Es ist ja schon schwer, als Ein-Mann-Person hier in der Zombie-Apokalypse zurechtzukommen, aber versuch das mal als Schwuler! Oh! Da gibt's was zum Basteln! Ich vergesse dich nicht, du bist ja auch nervig anhänglich. Ähm... Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Dich! Ey! Fass mich ja nicht wieder an! Du bist dreckig! Ey! Jetzt klebt dein... ... an mir! So! Weiter! Habe ich nicht eine coole Karre? Wo ist denn der Eingang? Ja, hallo Homie! Noch 5 Tage und 0 Stunden! So! Hast du schon mein Outfit gesehen? Achso, hast du ja! So! Aus dem Weg! Ähm... Ihr kriegt jetzt alle ne volle Dröhnung! BABOOM! So! Irgendwas wollte ich noch unterwegs holen! Hm... Überleg, überleg, überleg! Überleg, überleg, überleg! Was wollte ich noch holen? Tch! Ah! Jetzt weiß ich wieder! Verdammt! Ja, wir biegen mal eben ab! Ich muss noch was anderes holen! Ich muss mich schick machen! Mit Speed! Jetzt hat er tatsächlich ne Schrammel in mein Auto gemacht! Ich will doch noch sterben! Oh! Oh mein Gott! Oh! Die Gummistiefel sehen doch toll aus dabei, oder? Die machen das Outfit richtig gut! Ich bin echt am Überlegen, ob ich denen einfach wieder die Klamotten, die ich die ganze Zeit anhatte, geben soll. Weil die sahen eigentlich cool aus! Was haben wir denn? Klamotten! Klamotten! Wo haben wir Klamotten? Klamotten! Wahrscheinlich da! Riecht irgendwie komisch! Ja! Ja! Das hier ist übrigens das Marke, äh... Ja, würde ich auch sagen, Gedärme um den Hals hängen haben und sich durch die Massen schleichen! Irgendwo erkenne ich das! Das hier ist das SWAT-Outfit, wovon er gesprochen hat, das hat er dann wohl immer angehabt! Ähm, ist eigentlich tatsächlich in der Zombie-Abklasse wohl das Beste! Äh, das hier kriegt man übrigens, wenn man durchspielt! Fast! Megaman! 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 Das ist... So, und, äh... Das hier ist das... Tran... Das ist das Trans-O-Matik-2000-Outfit! Gefolgt von... Ich liebe Schule! Das ist nicht gut! Was war das?! Oder das Borat-Gedächtnis-Outfit ist auch gut! Habe ich was verpasst! Das Borat-Gedächtnis-Outfit! Das ist wie ein Auto-Unfall! Ähm... Oder... Ich hab Angst, ich lieg lieber im Bett-Outfit! Fast gut! Oder... Ich bin der Außerwählte! Nenn mich Neo! Äh, neben das musst du jetzt, äh, genauer erklären! Ich sollte Mode-Betik eröffnen! Das ist das leere Outfit! Schick! Ja... Oder... Mir kann keiner was einheben! Ich bin... Ich bin... Der Ritter von... Tief! So, und die Kombination kann man natürlich auch, äh, immer machen! Was für ein Stück Dreck! Das soll mich beeindrucken! Man kann auch gerne mal das mit... Echt jetzt?! Was war das?! Mit, äh... Uh, das ist auch sexy! Okay... Nein, nein, nein! Ja, doch, doch, doch! Nicht gut! Das soll mich beeindrucken! Nehmen wir das Transe? Okay... Wer... Werde ich vielleicht vielleicht mal drauf zurückgreifen? Oh... Ja, das, äh... Was zur Hölle ist das?! Was war das?! Oder was haben wir... Uh, ja... Das ist nicht gut! Habe ich was verpasst?! Wieso zieht er den scheiß Kopf nicht aus?! Gerade die Krise... Achso... Weil, weil, da kommt noch was drüber, okay... Das ist geil! Echt übel! Das soll mich beeindrucken! Ech... Ich find das cool! Und er kriegt noch einen Schnäuzer dabei! Ah ne... Das... Das geht! Yo! Yo! Stück Scheiße! Was war das?! Du wärst für den Ritter vom Nümbelbold! Wo ist das? Ah... In ein paar Tagen werden wir bestimmt über das alles hier lachen! Haha... Tun wir jetzt schon! Irgendwo ein Minirock noch? Da... Schöne Scheiße! Das soll mich beeindrucken! Das sieht wirklich skurril aus! Ich meine... Das ist skurril, oder? Das ist... Das... Na, wenn man da nicht sagt, äh... Äh... Das läuft durch Zombie-Horden durch... Das zieht sich so an... Also... Wenn jemand den dann im Hilferufen sieht, in einer Menge von Zombies, dann sagen sie, nee, nee, den lassen wir hier. Der passt da gut rein. Was ist das denn, wie viel laut wird? Achso. Und ein Dreischwanz als Waffe. Ich hoffe, du meinst eine Peitsche. Ach du meine Güte. Oh, geile Gummistiefel. Was war das? Ich merke gerade, ich habe übrigens keine Frauenpumps. Nicht eine. Ich habe nie aufgehoben. Das muss sich ändern. Nie Frauenpumps aufgehoben. Ja, komm. Und hier den Frauenverführer. Das wird gehen. Nett. Genau so ist perfekt. Du meintest das Outfit, was ich so zusammengestellt habe. Mit der Maske und allem, ne? Ich will eins mal eben ausprobieren. Ich muss es mir von hinten angucken. Ich muss es mir von hinten angucken. Das ist nicht gut. Habe ich was verpasst? Alter Schwede. Ah, da wird man ja blind, wenn man die ganze Zeit hinten drauf guckt. Na, guck nicht so. Da ist nichts, was du nicht kennst. Ich... Sollen wir uns wieder normal anziehen? Bitte lasst mich wieder... Mit der Maske soll ich das anziehen? Ich muss da mit Stunden rumrennen.